H.P., zuerst mal alles Gute zum Geburtstag. Ja, vielen Dank. War ja ein schöner Geburtstag, den du gerade gefeiert hast. Dankeschön. War die Party würdig und recht? Ja, ja, deswegen. Aber ich habe mich auch noch so ein paar Restleiden hier zu bewältigen. Also das war, erstmal haben wir Freitag reingefeiert in so einen kleinen Kreis beim Lieblingsitaliener. Und dann am Samstag hatte ich so ungefähr 60 Leute zu Hause, hatte auch einen DJ und alles ein bisschen umgebaut mit Musik und was weiß ich nicht. Also nee, war gut, war richtig schön. Landesgemäß gefeiert quasi. Ja. Es ist ja das Jahr der Jubiläen. Es ist ja nicht nur 60 Jahre Du, sondern auch 30 Jahre Scooter. Bei so einem busy Jahr, das du hast mit neuer Platte, mit Arena-Tour, kommt man da überhaupt mal zum Inhalten und zurückblicken? Oder steht das für dich in diesem Jahr sowieso nicht so richtig zur Debatte? Ja, also ich gucke ja nicht so gerne zurück. Ich bin ja eigentlich so ein Typ ja so im Hier und Jetzt. Ich gucke auch nie in die Zukunft. Wir wurden ganz oft gefragt, wo siehst du dich in zehn Jahren oder was macht ihr in fünf Jahren oder wie lange macht ihr noch? Das ist für mich so eine Sache, die kann ich nicht zu sagen, weil ich bin wirklich immer so im Jetzt. Und manchmal, klar, gibt es auch mal so einen Moment, wo man denkt, oh Mensch, ganz schön lange läuft das schon. Gerade als wir die Doku gedreht hatten, wo wir uns viel beschäftigt haben mit, wie das anfing und was man alles schon gemacht hat. Das war dann wirklich mal so ein Moment des Zurückblickens, was aber sonst echt eher selten vorkommt. Und bis jetzt habe ich auch wirklich noch gar keine Ruhe gehabt, so richtig das alles zu verarbeiten. Aber vielleicht ist es auch genau richtig so. Die Rolling Stones werden ja, glaube ich, seit sie 30 sind schon gefragt, wie lange sie das noch machen wollen. Also die Frage ist irgendwie im Rock'n'Roll schon längst überflüssig geworden eigentlich. Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil Mick Jagger eben, muss ich sagen, verehre ich auch sehr. Ich habe den ja auch in Hamburg gesehen, im Stadtpark vor ein paar Jahren und war auch begeistert, wie man in dem fortgeschüttenden Alter noch so fit sein kann, auch auf der Bühne das halt glaubhaft rüberzubringen. Das kann man, wenn man so will, so ein bisschen als Vorbildfunktion sehen, also sehe ich zumindest. Weil das ist ja so, klar, gibt es manche, die sind noch unterwegs von ganz früher, aber das hat dann nicht mehr so viel damit zu tun, wie es mal war. Und in diesem Fall ist es ja so, du merkst da gar keinen Unterschied, so im ersten Blick, ob das jetzt aktuell ist oder ob das von vor 20 Jahren ein Stones-Konzert war, also was ich so mitbekommen hatte jedenfalls. Und ich saß ziemlich weit vorne, also das fand ich schon beeindruckend. Bei 30 Jahren Scooter und 30 Jahre höchst erfolgreich noch dazu, hat sich natürlich auch die Wahrnehmung von außen auf eure Band immens geändert. Man hat es ja auch in den letzten zehn Jahren gemerkt. Also ich glaube, es sind auch Leute, die vielleicht vor 20 Jahren noch ganz anders über die Band gesprochen hatten, mittlerweile viel positiver eingestellt. Das Publikum ist irgendwie größer geworden. Gibt dir das eine Art von Genugtuung? Gibt Langlebigkeit und Unbeirrbarkeit? Gibt einem Recht sozusagen? Also gut, wir hatten ja mal aus dem Spaß schon vor vielen Jahren Albumtitel Who's got the last laugh now? Also das Englische wäre zuletzt lacht am besten, weil man da früher schon so ein bisschen angepiekt war. Aber über die Jahre, muss ich sagen, ist dieses am Anfang, was einen so ein bisschen genervt hat, dann doch einer gewissen Gleichgültigkeit gewichen, sodass ich dem Ganzen eher entspannt gegenüberstand, auch Kritik. Mich aber sehr gefreut habe, dass gerade so in den letzten zehn Jahren oder acht bis zehn Jahren sich das doch sehr verändert hat und auch die Akzeptanz in ganz anderen Genres, also zum Beispiel so Rock am Ring, Rock im Park, dann hier in Österreich die große Nova Rock und dann eben aber auch, wo diese IDM-Festivals, wo eigentlich nur DJs sind, wo nur David Guetta, Timmy Trumpe, wo eigentlich gar keine Bands oder Acts stattfinden, wo wir dann aber live gespielt haben und da auch bei Creamfields Riesenerfolg hatten die letzten beiden Jahre. Also das ist also für mich auch sehr beeindruckend gewesen und davon habe ich mich auch wahnsinnig gefreut. Man merkt so, egal wie lange es geht mit Scooter, mit uns, es kommen immer noch wieder Dinge, mit denen man nicht gerechnet hätte oder wieder so positive Überraschungen. Ich würde gerne ein bisschen zu den Parallelen zu Rockmusik sprechen, denn Rockmusik war auch für dich immer wieder ein Thema. Du bist ja auch eine Art Rockstar-Figur, muss man auch dazu sagen. Und ich weiß ja, dass du auch mit Richie Blackmore, mit Bands wie Jethro Charles, das Teil deines frühen Musikgeschmacks war. Und bei Scooter ist es ja nicht so unähnlich wie bei vielen Rock- und Metal-Bands, die so quasi unbeirrbar ihr Ding machen, auch richtig Markenpflege betreiben, irgendwie jetzt nicht allzu sehr vom Weg abweichen. Keine Ahnung, von Motorhead, Ramones, Slayer. Also da gibt es irgendwie Beispiele, die da fast eine gewisse Geistesverwandtschaft in puncto Sturheit irgendwie haben. Ich wollte fragen, kannst du mal ein bisschen über deinen Bezug zur Rockmusik sprechen? Ja, also die Rockmusik hat mich geprägt schon seit meiner Kindheit, also auch schon in den Anfängen mit irgendwelchen Nachbarsjungen, die älter waren oder die mal auf einen aufgepasst haben, wo dann das ganze Zimmer tapeziert war mit diesen Postern von Pop, Pop Rocky, was weiß ich nicht. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Mein Vater hat früher schon Beat Club geguckt. Das war noch so teilweise schwarz-weiß, so eine Rock-Sendung, wo ich zuerst mal Arthur Brown gesehen habe. Der hatte auch ein Lied, Fire hieß das. Hat nichts mit unserem zu tun, aber das gab es, wo der so eine Fackel auf dem Kopf hatte. Und das war als Kind natürlich irgendwie eine Mischung aus Schock. Also schockierend, aber auch wahnsinnig interessant. Und das ging dann los mit Glamrock, T-Rex, Sweet Slate und so weiter. Dann kamen daraus irgendwann Deep Purple, Richie Blackmore, zu der Zeit mein absoluter Lieblingsgitarrist. Jimmy Page fand ich auch klasse. Dann muss ich sagen, das ist heute so die Waage. Man kann sie nicht vergleichen, aber wer ist besser? Das ist auch schwer zu sagen. Also das war für mich auch mit Zeppelin und so, waren so die Größten. Und hat mich immer begleitet. Bis heute höre ich gern, wenn wir Party machen oder so. Ich höre natürlich hauptsächlich so elektronische Sachen, Techno und so weiter. Aber immer wieder so Klassiker natürlich. Denn Nazareth, ACDC und was weiß ich nicht. Alles so auch Van Halen, alles so aus meiner frühen Jugend. Ja, und parallel hatte ich aber auch damals schon, das finde ich irgendwie auch bemerkenswert, wieso das so ist, weiß ich gar nicht. Ich hatte alles von Deep Purple und so, aber gleichzeitig habe ich auch immer so elektronische Musik gehört. Tangent Dream, Klaus Schulze, Peter Baumann, Kraftwerk. So am Rande, die waren mir immer ein bisschen zu kühl damals. Also heute oder halt viele Zeit später habe ich die natürlich auch mehr verstanden. Aber als ich so ganz jung war, waren die mir etwas zu steril. Und da fand ich immer so diese Schulze, Tangent Dream, die ja auch live gespielt haben. Das war ja auch in großen Hallen zum Teil. Dieses Album da von 77 feiere ich bis heute. Die ist Encore. Und also das habe ich immer so parallel gehört. Also ich finde sowieso, es gibt so schöne Sachen in verschiedensten Bereichen. Da war ich nie so festgefahren. In der Doku Fuck 2020 sieht man dich ja zu Hause. Ich glaube, du hast da ein Marshall Fullstack sogar und eine Stratocaster, der du spielst. Wenn ich mich jetzt das richtig erinnere, spielst du noch viel Gitarre so privat? Viel zu selten. Es ist immer irgendwas. Ich sage immer, ja Mensch, ich will mal wieder ein bisschen rumklampfen. Aber wer weiß, irgendwann habe ich da auch noch die Zeit. Also auf jeden Fall ist alles noch so da. Ich habe ja auch so eine kleine E-Gitarren-Sammlung über die Jahre. Und ein guter Freund von mir, der damals in unserer Schülerband oder so, war eher der Rhythmus-Gitarrist. Und der ist aber bei der Gitarre geblieben und spielt mich natürlich heute an die Wand. Was für Gitarren sammeltest du? Er so Vintage-Gitarren? Naja, eigentlich so, was sich so irgendwie ergeben hat. Weil auf der Bühne spielen wir ja nach wie vor Fire. Und das hatte ich eine Zeit lang auch mal mit so einer Explorer gemacht. Vor vielen Jahren. Und meistens habe ich die Flying V. Die habe ich ja von Gibson, logischerweise. Dann habe ich eine Telecaster. Die hat mir Francis Rossi geschenkt. Und dann habe ich mal eine Telecaster. Als ich noch in der Plattenfirma bei Edel gearbeitet habe, gab es immer so einen Vertrieb, Wettbewerbe, der am meisten von so einer Aktion an CDs verkauft. Da habe ich mich richtig angestrengt. Und habe eine Telecaster gewonnen zum Beispiel. Die habe ich auch noch. So hat sich das irgendwie so über die Jahre ergeben. Da habe ich noch so eine doppelhalsige Ovation-Akustik-Gitarre. Zwölf- und sechsseitig. Das war, als wir Break It Up rausgebracht hatten. Unsere einzige Ballade als Single. Die haben wir damals live gespielt auf der Bühne. Und da hatte ich diese, fand ich so als Reminiscence an Jimmy Page mit diesem Doppel-Neck. Nur dann halt akustisch war das so ganz witzig. Haben wir die live gespielt damals. Ich kann mich erinnern, im Video hattest du, glaube ich, eine schwarze Yamaha, wenn ich mich nicht täusche oder so. Stimmt, die habe ich auch noch. Ich war im Video und dann haben wir überlegt, wir müssen das live machen. Und da habe ich zu Rick gesagt, der dann auch mit Gitarre an dem mitgespielt. Wir haben dann beide mit Gitarre. Ich habe gesagt, ich muss das irgendwie so showmäßig, wäre cool, so eine Doppel-Doppel-Neck. Und die habe ich immer noch. Nun solltest du dir jetzt die neue Jimmy Page-Doppel-Neck von Gibson kaufen. Da gibt es so 50 Stück limitiert. Jeder von Jimmy Page handgespielt. Und kostet, glaube ich, 50.000 pro Stück. Also das ist nicht ganz billig für eine Gitarre. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, sogar noch ein paar. Er ist gerade rausgekommen, so diese rote SG-artige. Ja, aber ich hatte schon mal zu meinem Kumpel, was ich eben erzählte, der Detlef, der immer noch Gitarre spielt, gesagt, wenn er mal eine findet, so diese Original SG-Doppel-Neck aus der Zeit, weil wenn die so richtig vintage, die sind ja wahnsinnig teuer. Also man müsste, soll ja auch irgendwo im Rahmen bleiben. Aber das fände ich auch nochmal cool, allein die so zu besitzen, so eine Gitarre, das ist schon, ja, ikonisch irgendwie. Ja, die gibt es noch. Auf eurem neuen Album gibt es ja auch ein paar Rockverweise. For Those About to Rave zum Beispiel, ein Titel, und Rave and Shout, was ja auch als wahrscheinlich Anspielung an Twist and Shout zu sehen ist. Ja, genau. Ja, das stimmt, das stimmt. For Those About to Rave ist auch wieder ein guter Slogan. Ja, man kann irgendwie mit dem Rave immer wieder sowas machen, was es schon mal gab mit Rock oder sonst so. Wie auch ja, God Save the Rave mit Sex Pistols anstatt God Save the Queen und so weiter. Also das haben wir oft. Da muss man sagen, Mensch, wieder so ein schöner Titel, aber man kann auch dann ja nicht immer jedes Single mit Rave nennen, man muss sich auch mal was anderes einfallen lassen. Aber das bietet sich oft so an. Das ist immer ein schönes Wortspiel. Kannst du ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte des neuen Albums erzählen? Ja, das fing ja an damit, dass wir eine neue Besetzung hatten mit Marc und Jay, der ja vor vielen Jahren schon mit in der Band war. Da musste man sich erstmal ja so ein bisschen einstimmen aufeinander. Das war ja erstmal so, das geht ja nicht von heute auf morgen. Ich muss sagen, aber ich war dann echt froh, dass wir mit, na, wie hieß die erste Single, die wir gemacht hatten? Steffi? Die erste Single mit Marc. Ja, Waste Your Youth, genau. Da war ich schon mal sehr froh. Das hat gut geklappt, die Zusammenarbeit. Und dann haben wir uns ja so langsam weiter mit neuen Themen beschäftigt, was man so an Ideen sammelt, wenn wir unterwegs waren. Und wollten eigentlich, also mein Gedanke war eigentlich wie bei dem letzten Album, das so diesen Flow und das so ein bisschen fortzusetzen, weil das fand ich ziemlich stimmig in sich. Und das finde ich auch gut gelungen. Wir haben als neuen Input, neue Inspiration, dieses Hyper-Techno nennt sich das. Das ist so eine Richtung, das klingt eigentlich wie Scooter vor 30 Jahren. Also sehr schnell und minimalistisch. Und das fand ich dann ganz witzig, mal wieder ohne 100 Spuren sowas so minimal zu produzieren, weil das haben wir lange nicht gemacht. Und auch das Tempo, es ist alles schneller geworden. Hätte ich nie gedacht, dass das nochmal passiert. Weil 1994 war das normal, dass man so 160 BPM oder 150. Und dann war das ja unmöglich über Jahre. Und auf einmal finden alle gut, wenn es so schnell ist. Also man wundert sich immer, wie sowas entsteht. Also ihr guckt als Produzenten schon genau quasi, welche Trends gibt es in der Szene oder in der Elektronikwelt. Wir gucken, was es gibt. Aber der entscheidende Punkt ist, was passt oder was mag man? Also ich würde jetzt nicht so theoretisch an sowas konstruieren, weil es gerade in ist. Das muss schon auch so sein, dass mich das irgendwie anmacht oder dass ich denke, wow, das finde ich jetzt cool oder witzig. Und das ist manchmal schwierig, weil es gibt oft Trends, auch damals dieses IDM, wo wir da so wussten, was soll man da jetzt mit anfangen? Hat mich auch nicht so wirklich begeistert. Und das ist dann schwierig. Aber schön, wenn einem das mal so in die Karten spielt, dass es sowas gibt, was wir damals ja so mitkreiert haben. Und plötzlich ist das wieder angesagt. Wie viel ist denn bei euch Experiment im Studio? Und anders gefragt, wenn ihr im Studio seid und Dinge ausprobiert, gibt es auch mal Sachen, die einfach nicht klappen, wo ihr dann sagt, nee, das lassen wir jetzt sein? Ja, ja, das gibt es sehr oft. Also wir haben manchmal drei Wochen an einem Track gearbeitet, wo wir ursprünglich dachten, das könnte eine neue Single werden und haben alles wieder gelöscht, weil das ist Krampf. Das Wichtige ist, was ich immer wieder festgestellt habe, ist, wenn man hat manchmal so einen Flow, da hat man eine Idee und innerhalb kürzester Zeit ist das im Rechner und du denkst, toll, passt alles. Und wenn man anfängt, da zu sehr zu konstruieren und hier noch und da noch und wenn das Ganze so eine Kopfgeburt wird, dann kannst du da noch so lange schrauben und noch einen Mix machen und irgendwie ist es nie richtig gut. Und das ist leider auch oft der Fall. Und naja, deswegen, manchmal hat man Glück, wie mit der Nummer Bingo, genau. I keep hearing Bingo, das ist ja so eine Hyper-Techno-Nummer, die sehr minimal und die haben wir wirklich in der Basis des Dinges an einem Tag entstanden. Gut, man könnte jetzt sagen, hört man, weil da ist auch nichts drin. Aber die war so zack aus dem Handgelenk. Und der dachte, ja, das ist alles gut so. Das ist zwar ungewohnt, normal haben wir viel mehr da drin. Aber das passt. Da haben sich natürlich Fans dann auch aufgeregt, viel zu kurz, diese zweieinhalb Minuten. Aber das sind natürlich manchmal auch Dinge, das sind so Gesetzmäßigkeiten. Plötzlich ist bei Spotify eine Single zweieinhalb Minuten. Gibt sogar heute welche, die sind nur zwei Minuten oder 1,58, wo ich denke, das ist ja kein Track mehr, das ist ein Jingle. Also irgendwo muss man dann auch die Kirche im Dorf lassen. Aber bestimmte Sachen, und ich habe mich auch ertappt, plötzlich, wenn ich eine Nummer höre, die ist zweieinhalb Minuten, denke ich, ja, passt. Also kam mir gar nicht zu kurz vor. Das sind diese Hörgewohnheiten. Früher war bei uns alles 3,45, 3,50, 3,30 das Mindeste. Aber gut, das sind ja manchmal neue Trends und das hängt mit Streaming und was weiß ich zusammen. Du hast schon eine Punkrock-Länge von Punkrock-Songs und zwei Minuten irgendwas. Aber wir machen das für live immer länger. Also wir machen auch immer eine Extended dann noch. Auf jeden Fall, ja. Du hast gerade erwähnt, dass Jay Frog ja wieder zurück ist. Mit dem hattest du schon viele Jahre gearbeitet. Du hast gerade so angedeutet, man musste sich mal wieder ein bisschen eingrooven aufeinander, bevor das wieder im Studio lief. Wie anders ist zum Beispiel jetzt die Arbeit mit einem Wiederkollegen, kann man ja sagen, einem Wiederbandkollegen? Wie weit hat sich da was geändert? Ja, was jetzt positiv ist, muss ich sagen, durch Marc, der ist ja sehr jung und frisch und da hast du oft so, die denken dann in dem Alter noch nicht zu viel nach und das ist ein Riesenvorteil, weil die einfach machen. Einfach, was ihnen so in den Sinn schießt. Unser Eins ist, das macht man schon durch diese langjährige Erfahrung, ach nee, das gab es schon, das hat man schon hier nicht. Und der macht einfach, und Jay ist so, der ist so ein bisschen oldschool vom Geschmack her und von allem und ich bin ja eher so, ich mag immer die neuen Sachen, aber auch so ein paar oldschool, weil es darf nicht zu alt klingen, aber auch nicht, dass es nicht mehr nach Scooter klingt. Es muss immer eine gute Mischung irgendwo sein, dass es authentisch rüberkommt und da hat man so diese beiden Seiten jetzt miteinander im Studio und das ergänzt sich sehr gut, finde ich. Jay ist auch super, wenn es um alte Sounds geht oder auch um neuere Sounds, wenn man sagt, hier, guck mal, das, kannst du sowas irgendwie schrauben, dann macht er, ist das so sein Job, auch die abgefahrensten Sounds und selbst wenn er dann einen Tag dran rumschraubt, das kann er super und mag es unheimlich schnell, auch im Arrangieren und so, also das klappt sehr gut. Wie ist denn, wenn jetzt eine junge, wie du sagst, ein junger Musiker zu Scooter kommt, zu so einer etablierten Band, wie ist es da, sich für den einzufinden, wie weit hat man dann quasi Mitspracherecht oder wie ist dann die kreative Dynamik, lass mich so formulieren, wie ist dann die kreative Dynamik in einem neuen Trio? Ja, am Anfang war er gerade auch wahrscheinlich durch sein Alter bedingt so eine gewisse Ehrfurcht war, da kommt man schon mehr. Aber es ist so, wenn du dann in so einen Alltag kommst, so einen Arbeitsalltag, dann spricht man natürlich dann ganz normal und dann ist das auch irgendwann ganz normal, wie das dann so läuft und so. Und er fragt aber dann auch immer, ob ich das okay finde, das ist dann schon noch so, dass er mich fragt, weil früher war es ja so mit Rick, dann sagte er einfach, ja hier das, so muss das und ich sage, nee, nee, das klingt nicht, hör dir das mal an und dann haben wir uns auch manchmal wirklich gefetzt. Und das ist dann bei Marc, habe ich manchmal das Gefühl eher, dass er dann auch guckt, ob es mir gefällt. Ich sage, ja, aber Marc, was findest du denn? Denn du bist ja auch DJ und so, wie siehst du das? Findest du das so besser? Dann frage ich ihn auch mal, was er meint und dann sagt er auch, ja, eigentlich finde ich es so gut und dann kommt man da so, das ist halt auch so ein längerer Prozess, da bin ich so auf einen mit Rick. Ich meine, da habe ich 28 Jahre mit dem gearbeitet, da hat man sich ja blind verstanden. Hier ist das dann manchmal noch so ein bisschen, dass man sich so gegenseitig da kennenlernen muss und so, das ist ja klar. Also die Dynamik bei der Produktion ändert sich dann schon entsprechend. Ja. Von Line-Up zu Line-Up, kann man sagen. Das stimmt. Also da, was die vorher, der hat eher so sein Ding gemacht und dann habe ich natürlich hinterher auch gesagt, du, das gefällt mir noch nicht, das gefällt mir noch nicht, können wir hier nochmal und da nochmal und da haben wir uns da so zusammen herangetastet. Aber das war auch wieder eine andere Art, damit umzugehen. Marc, nee, und vor allen Dingen, was ich sagen muss, was auch ein Riesenvorteil ist und auch sehr wichtig, dass man so persönlich miteinander klarkommt und dass so die Rollenverteilung, sage ich mal, so geklärt sind, dass dann nicht immer diese Eifersüchte leihen oder so. Das ist für uns eben ganz klar, wer macht was. Jeder ist in seiner Rolle auch mit sich und der Welt zufrieden und nicht, ich will aber auch oder ich will aber auch dies. Und das ist dann schon mal so eine Ruhe, dass man sich aufs Wesentliche konzentriert, dieses Album oder was machen wir auf der Bühne und so. Und das ist halt ein sehr schönes Arbeiten, muss ich sagen. Das ist auch sehr wichtig, weil auch wenn es manchmal gut läuft mit der Musik und du hast nur Streit, dann macht es auch keinen Spaß. Noch schlimmer ist ja, wenn man Streit hat und es läuft nicht gut, aber das war eher selten der Fall. Also die Rollenverteilung ist natürlich dann klar, in so einer Band, in dem Fall. Ja, aber mir ist auch wichtig, was findet der, ich bin ja nicht allwissend, ich kann ja sagen, gut, das gefällt mir jetzt gut, aber es gibt ja auch sowas, wenn so ein Youngster, der vielleicht noch näher in dieser Club-Szene, so mit Hyper-Techno und so ist, dann sagt er, was finden die Kids, warum ist das jetzt so gut und so und dann weiß der das vielleicht auch und dann sage ich auch, ja nö, dann lass das so machen. Also da muss man, finde ich, auch eine gewisse Offenheit haben. Also mir liegt jetzt nicht daran, Auftragsproduzenten-mäßig zwei Keyboarder zu haben, die das machen, eins zu eins, was ich sage. Also mir ist schon wichtig, dass das so ein Teamwork auch ist. Weil du gerade gesagt hast, keine Eifersüchteleien. Ich stelle mir mal vor, das war gerade in der Anfangsphase, wahrscheinlich am ehesten so, als die Rollenverteilung sich erst so rauskristallisierte bei Scooter, dass du halt wirklich die Frontfigur bist und dass halt Presse und Kameras in erster Linie auf dich gerichtet sind. Ja, das war am Anfang, muss ich sagen, auch wirklich unangenehm, weil für mich war es so, ich habe mich auch wahnsinnig über den Erfolg gefreut. Alle haben mich angesprochen und das habe ich aber auch nicht forciert oder wie gesagt, ich mache jetzt das Interview, sondern die kamen oft und wollten dann nur mit mir sprechen. Ich habe gesagt, komm, wir sind aber eine Band und haben das auch immer so ein bisschen in diese Richtung, Band und immer nur wir, wir, wir. Ich habe nie gesagt, ich habe das, das war auch nie meine Idee. Nur für jemanden, ich glaube manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen hart, wieso die Welt reagiert und sich auf einen stürzt. Da muss man, glaube ich, auch ein ziemlich gutes Selbstbewusstsein haben. Zum anderen denke ich mir aber auch, wenn ich jetzt Keyboarder wäre und ich hätte gar keinen Bock, vorne da rumzustehen und die Leute anzumachen, sondern bei mir ist es auch egal, wenn ich mal die Nacht einen zu viel getrunken habe, meine Stimme und wenn ich heiser bin, ich kann schön mein Keyboard spielen, habe genauso meine Handteile, habe meine Ruhe. Und dann wäre ich doch, ich wäre in der, ich glaube, ich wäre dann froh und würde sagen, ja, lass den doch machen. Aber das habe ich gar nicht verstanden, weil wenn ich jetzt nach vorne will, dann würde ich natürlich versuchen, alles zu machen, um Frontmann zu werden und nicht sagen, ich werde Keyboarder. Also ich habe das dann manchmal gar nicht verstanden, warum man sich dann so darüber aufregt. Schon über die Unverschämtheit manchmal, wenn auch so ein TV-Moderator, wir haben einen TV-Schon, der sagt, wird angesagt, hier, da ist er, jetzt kommt er, jetzt kommt Scooter. Das war ja oft. Aber er hat mich auch gedacht, kann er nicht sagen, da kommen sie oder jetzt kommen Scooter. Aber das kannst du denen hundertmal sagen und der sagt beim 101. Mal wieder, da kommt Scooter. Weil viele sich auch mit mir dann so, irgendwie haben die das mit Scooter so identifiziert. Keine Ahnung. Ja, das ist ja auch ein nicht ganz unklassisches Schicksal, dass auch Rockbands halt wieder fährt, die einen starken Frontmann haben. Das ist halt oft so, dass sich das dann so rauskristallisiert. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, was sich aber auch so ergibt. Es ist gar nicht, dass man das will oder dass das bewusst ist. Es wird einfach so, auch so von den Medien und so, die stürzen sich immer auf einen oder auf einen Frontmann oder so und dann ist das so. Ich würde mal gerne auf die Doku Fuck 2020 zu sprechen kommen, die ja jetzt ein Jahr alt ist und die ich ganz großartig fand. Ich wollte fragen, wie siehst du dich selbst, wenn du so die Doku siehst, jetzt auch in Momenten, wo das jetzt ungeschön dargestellt ist, wo du durchaus mal auf die Kacke haust, um es mal vorsichtig zu formulieren. Ja, ich musste natürlich auch lachen, weil sowas passiert natürlich immer auch in angespannten Situationen und ich dachte so, oh Gott, man ist ja aber manchmal, also war ja ganz schön auch oft übellaunig und so weiter und dann dachte ich aber auch, gut, es war natürlich Corona und die ganze Zeit war ich angespannt. Also auch so im Alltag, ich war so Grund, so ein Grundgenervt-Modus war ja einfach da. Sicher bei vielen, bei allen ging es nicht gut, aber bei uns war es ja nun so, dass ja nichts mehr ging. Also totaler Stopp von allen Veranstaltungen und man ja auch überhaupt nicht wusste, wie lange geht das noch? Und das war eben auch so eine Grundstimmung und diese ganze Doku ist ja während Corona gedreht worden. Und deswegen waren dann die Nerven natürlich blank und wenn dann mal irgendeine Show war, später hier mit diesem Kino, nämlich ja Autokino oder dann war ja mal in Estland oder wo wir da waren, tja, da waren dann schon, dann waren die Nerven blank. Allein, weil ich dann dachte, oh Gott, ich war zwei Jahre nicht auf der Bühne, ich weiß gar nicht, ob ich noch überhaupt irgendeinen Text kenne. Naja, wie auch immer, aber das trotzdem war es ja so, wie es war. Es war wirklich nichts geschönt bei der Doku und das ist schon witzig, wenn man das dann ganz normal so auf dem Sessel sitzend beobachtet. Ich fand es bemerkenswert, als du dann so quasi mal gesagt hast, du möchtest, dass die Band nicht abhaut nach dem Konzert oder vor dem Konzert. Also quasi so wie der Fußballtrainer oder der Teammanager möchte, dass die Mannschaft halt geschlossen vor und nach dem Spiel halt irgendwie noch zusammen ist. Und das fand ich wirklich eine bemerkenswerte Stelle, dass du dann eigentlich ziemlich sauer warst, dass sie einfach ausgebüxt sind, statt das Ganze so wirklich als Team irgendwie abzufeiern und sich so vorzubereiten. Das fand ich wirklich interessant. Ja, also das liegt auch so ein bisschen so in der ganzen Historie von Scooter. Für mich war das immer so dieses Bandgefühl, dass man auch wirklich dann zusammen nochmal irgendwie was macht. Und ich finde immer, wenn jeder, ich komme dann, ich komme dann und keiner sagt einem irgendwas, weil ich hatte, das ging ja schon los, der Streit, als wir die erste Show in Hannover hatten und einen Tag vorher noch mit der Regisseurin essen wollten. Und dann sage ich zum Tourmanager, ja, heute Abend mit Cordula kam, jetzt essen wir noch und besprechen so, was auf Tour noch gedreht wird. Wer kommt denn noch mit? Und dann sagt er zu mir, ja, nur du, Cordula und ich. Und ich sage, ja, wo sind denn die Jungs? Wo sind die denn? Ja, ja, der eine hat was vergessen, der muss nochmal dahin, der andere will zu seiner Ehefrau. Ich sage, bist du verrückt? Wir sind ja noch nicht mal gestartet und der will schon wieder nach Hause. Das verstehe ich dann auch nicht. Ich denke immer, eine Band ist dann auch Rock'n'Roll und dann, wenn Tour ist, ist Tour. Denn da kann man nicht sagen, bevor es überhaupt die erste Show, muss ich nochmal zur Ehefrau, als wenn die sich jetzt fünf Monate nicht sehen. Das waren ja nur drei Wochen oder sowas. Außerdem haben die sich dann ja auch besucht. Ne, und das hat mich dann so ein bisschen doch sauer gemacht, ja. Und der Backstage-Raum ist gesetzfreie Zone. Das haben wir auch gelernt. Also der Backstage-Raum ist egal, in welchem Land ihr seid, das sind quasi gelten die Scooter-Gesetze. Ja, weil das Problem ist ja, dass sich ja in den letzten Jahren alles immer so verändert. Es gibt ja nur noch Beschränkungen. Also wo du hinkommst, die Beschränkung, die Lautstärkebeschränkung, hier nicht rauchen, da nicht dies, da nicht das. Und dann habe ich gesagt, Leute, bitte, der Raum ist einfach unser Backstage-Raum. Da muss ja auch keiner rein. Wenn ich dann nur alleine sitze, ist mir das scheißegal. Aber ich muss vorher meinen Drink haben, eine Zigarette, das muss gemütlich sein, Räucherstäbchen an. Dann müsst ihr halt die Rauchmelder abkleben da. Und so haben wir das gemacht. Und Gott sei Dank funktioniert das wunderbar. Aber das ist mir halt wichtig. Ich könnte mich nicht auf eine Show vorbereiten, wenn ich in einem nackten Raum mit einer Neonröhre um ein Glas Wasser sitze. Also das funktioniert nicht. Das geht gar nicht. Also es muss schon Hedonismus, es muss schon Hedonismus möglich sein, quasi. Nicht reines Vakuum. Ich bin so groß geworden. Für mich ist ja so der Rock-and-Roll-Lifestyle, das hat sich so fortgesetzt. Und so ein paar Gesetzmäßigkeiten gibt es da. Und das ist ja auch mit dem Augenzwinkern. Und dadurch macht es ja auch Spaß. Man darf es natürlich nie übertreiben. Dann bleibt man irgendwann auf der Strecke. Das wissen wir auch alle. Aber wenn das nur noch Geschäftsmodell ist und du kommst da an mit dem Flieger und hakst es ab, gehst schnell wieder, zack, Hotel, nächstes Ding, wie mit einer Stechuhr, so wie so ein Business, das könnte ich mir nicht vorstellen. Also wenn nicht dieser Spaßfaktor auch noch irgendwie eine Rolle spielen würde. Also ich mache ja auch nicht jede Show. Wenn mir irgendwas nicht passt, ich denke, weiß ich nicht, fühle ich nicht so. Oder dann würde ich es auch nicht machen. Also das ist klar, Geschäft ist wichtig. Aber eben nicht nur. Also das muss so sich ergänzen, würde ich sagen. Fielst du immer leicht, eine Balance zu halten? Weil das ist ja auch bei vielen Leuten in der Elektronikszene, du spielst viel, du bist viel unterwegs. Und es wird auch viel gefeiert. Fielst du halt immer leichter zu wissen, irgendwann muss man auch nach Hause gehen, wenn man eine Show hat? Wahrscheinlich nehme ich mal an. Ja, ja, also gerade bei einer Tournee ist es so, wir haben ja meistens zwei, oft aber auch drei Shows hintereinander. Das heißt, jeden Abend knapp zwei Stunden vor das Programm. Und wenn du weißt, du hast noch zwei Shows die nächsten Tage, ja, dann mache ich natürlich, dann gehe ich nicht mehr in den Club oder so. Dann sind wir bei uns immer noch Backstage, kommen ein paar von der Roadtru, dann trinken wir noch ein Bier, was weiß ich, quatschen ein bisschen, dann gehen wir ins Hotel. Und das machen wir dann am nächsten Abend meistens auch noch. Und wenn dann ein Off-Day ist, und es ist jetzt nicht gerade Montag, dann kann man sagen, komm, wir gehen noch mal irgendwo hin oder was weiß ich. Aber oft ist es schön, also in den letzten Jahren haben wir auch in vielen Städten, dann kommen noch Leute, die einen besuchen oder was weiß ich. Und dann sind wir immer so viele Backstage bei uns, es ist ja auch immer gemütlich da, wir haben Musik. Dann sagen wir auch, was sollen wir noch irgendwo hin, dann feiern wir hier noch ein bisschen oder chillen. Und das klappt eigentlich immer ganz gut. Das ist natürlich als Sänger am schwierigsten, weil ich meine, du musst auch relativ viel, nicht nur singen, sondern auch brüllen. Also wenn du jetzt irgendwie erkältet bist oder so, ist das natürlich beschissen. Ja, das Schlimmste ist sowieso, das ist auch das Einzige, wo ich immer jedes Mal Schiss vorhabe, ist, dass man heiser wird. Und das ist nämlich echt ein Krampf, das dann loszuwerden auf die Schnelle. Irgendwie habe ich mich mal dadurch gewuselt, selbst wenn ich morgens dachte, ich kann gar nicht auf die Bühne, ich krächze nur noch verrückterweise. Die Bühnensituation setzt solche Kräfte frei, dass man manchmal, selbst wenn du noch vor zwei Stunden dachtest, das wird nichts. Es muss dann irgendwie gehen. Und irgendwie geht es dann auch. Es ist ja auch so, die ersten fünf Tracks klingen dann noch ein bisschen komisch, aber dann die Stimme wird warm und dann ist es tatsächlich, denn am Ende ist es so, als sei gar nichts gewesen. Ja, also irgendwie hat es Gott sei Dank immer funktioniert. Du hattest wohin ja den Songtitel oder die Single I Keep Hearing Bingo erwähnt. Und ich wollte mal fragen, das ist ja wieder so ein geiler Titel, ob du mal kurz darauf eingehen könntest, wie der entstanden ist, der Titel an sich. Ja, ja, das war, ist gar nicht lange her. Im September war ich, waren wir mit meiner Freundin in Schottland, mit dem Oldtimer und so mit der Fähre von Holland rüber nach Newcastle, Schottland, und haben dann, nee, England sind dann nach Schottland rein und auf dem Rückweg, auf der Fähre zurück, waren eigentlich nur Engländer. Und da gibt es ja auch immer so Entertainment, da war dann so ein, was weiß ich, eine Bar, Club, und dann haben die da, als wir auf dem Chip ankamen, Bingo gespielt. Und der Conforcé hat öfter gesagt, I keep hearing Bingo. Immer wieder. Und ich fand das irgendwie so diesen Satz so lustig, I keep hearing Bingo. Ich habe mir gleich aufgeschrieben. So mache ich das ja oft, wenn ich irgendwas aufschnappe, gleich ins Handy tippen und bei entsprechender Gelegenheit baue ich das entweder in den Strophen, in den Vers ein oder mache daraus einen Titel und so war es in diesem Fall auch. Und wenn man dann so einen Schlachtruf hat, der auch vielleicht im ersten Moment gar nicht großartig jetzt eine Bedeutung hat, aber auf jeden Fall fand ich das irgendwie witzig. Also du bist immer auf der Lauer nach guten Hooks demnach, ne? Ja, oft. Es ist mehr so eine Beobachtung. Manchmal, wenn man so sucht, findet man ja meistens nichts, aber wenn man gar nicht sucht, plötzlich kommt was und dann schreibe ich mir das auf, weil das vergisst man sonst. Das ist ja oft, dann denkst du, oh ja, witzig, das muss ich mal machen. Aber wenn man es nicht sofort notiert, ist es dann auch am nächsten Tag schon wieder weg. Was ist denn die Top 3 deiner eigenen Hooks? Kannst du das sagen? Oder zumindest nach Tageslaune jetzt, wenn du jetzt sagst, deine drei besten. Oh, das ist schwer zu sagen. Also da gibt es ja so viele und manchmal denkt man gar nicht an die, die gerade war. Oh, Steffi, was war noch bei Waste Your Youth? Da war noch auch so ein Spruch drin. So von den Klassikern, die hat man ja noch so ein bisschen drin. So it's nice to be important, but it's more important to be nice. Das hatte ich ja damals auch irgendwie aufgeschnappt. Das finde ich ja immer noch gut. Ja, da gab es ja wirklich einige. Gothic doesn't exist, finde ich auch witzig, weil das so völlig aus dem Zusammenhang und kein Mensch weiß, was das soll. Was war denn bei jetzt, bei Waste Your Youth? Also neulich habe ich mal wieder gehört, Shake That. Und da hatte ich so eine Zeile, Life without knowledge is death in disguise. Also das Leben ohne Wissen ist der Tod in Verkleidung. Das fand ich interessant. Ja, so kann man dann noch immer so, finde ich so ein paar so Sprüche, die dann irgendwie, wo man länger drüber nachdenkt und so, das finde ich immer toll, sowas mal mit einzubauen in dem ganzen Wahnsinn, den man sonst so hat. Weil, wenn du jetzt, ich finde, wenn man jetzt einen Text schreibt und das ist alles bedeutungsschwanger, dann ist es, finde ich, ist zu viel und überfordert vielleicht auch den Hörer, der ja eigentlich Zerstreuung sucht. Aber wenn du dann so eine Zeit, die bleibt dann auch hängen und sie mag Grotesk sein, aber auch wenn sie, wenn da irgendwie so Wahrheit drin ist, das finde ich immer ganz spannend, wenn einem sowas mal einfällt oder wenn einem sowas über den Weg läuft. Und habt ihr was gefunden? Nee. Dann war das doch noch woanders. Gut, wenn es mir noch einfällt, sage ich Bescheid. Aber irgendwas auf dem neuen Album war auch so, wo auch viele mich schon angesprochen haben. Egal. Aber es ist auch eine gewisse, auch eine gewisse Liebe zum Dataismus vorhanden, oder textlich? Also so Spaß am Slogan, Genau, auf jeden Fall. Also das fand ich immer schon toll. Also auch früher, wenn ich mal irgendwo so einen Song höre, wo ich dachte, was soll das? Weil das ist so, ich mag das immer, wenn man so denkt, so hä, das hat der doch nicht, wie ich gesagt habe. Was soll das denn jetzt? Also wenn das eben nicht so berechenbar ist. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und ich finde es immer toll, wenn so ein auf den ersten Blick obskurer Slogan dann quasi zum Popkultur gut wird. Also wenn das dann schon so etabliert ist, ist das halt einfach, keine Ahnung, da gibt es halt einige Sätze. How much is the fish? Ja, das habe ich ja auf jeden Fall mit how much is the fish? Das ist ja Wahnsinn. Also das hätte ich ja nie, nie gedacht, dass ein, dass ich Jahrzehnte, also verfolgt, wie ich in jedem Interview, was kostet denn nun der Fisch? Das ist ja so eine gesetzte Frage. Immer, immer wieder. Und in jedem Land. Also das ist verrückt, was das ausgelöst hat irgendwie. Da hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Aber die Frage nach dem Fisch muss schon am Jüdend sein, oder? Das ist doch irgendwie so, wie ein Schauspieler, der dann irgendwie immer auf die Hauptrolle angesprochen wird, oder so. Ja, ja, damals dachte ich immer, ein Glück, das ist das neue Hyper Hyper, aber dann war ja nun, zwischen Hyper Hyper und How much is, habe ich vier Jahre nur Hyper Hyper gehört, aber jetzt höre ich seit 98 How much is the fish. Gut, da kamen auch noch ein paar Sachen dazwischen, aber das sind so diese Sprüche, die eigentlich am meisten einem hinterhergerufen werden. Also ich schaue nochmal ganz kurz, wie lange wir da fahren. Minuten nochmal. Es gibt auch einen Track auf dem Album namens Berliner Luft. Kannst du über den ein bisschen was erzählen? Ja, das ist eigentlich wirklich tatsächlich entstanden, als ich mal in Berlin wieder unterwegs war, so in meinen einschlägigen Lieblingsclubs, und dann mit diesem Berliner Luft, 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 dass ich das sofort assoziiert habe mit einer Bassdrum, mit diesem Bam, 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 und so, und dann dachte ich, da muss man mal irgendwas basteln. Und ja, also wir haben so ein Studio und da habe ich natürlich, ist das auch ja, da war das so leicht, den Text, seine Lieblingsclubs damit zu integrieren und das ist so eine kleine Hommage an die Clubkultur von Berlin. Also das heißt jetzt nicht, dass ich Hamburg nicht mag, also ich lebe gern in Hamburg und überhaupt im Norden, aber mag halt auch diese Clubkultur in Berlin und finde es eine sehr lebendige, aufregende Stadt. Das darf ich nicht vergessen, es feiert noch ein Scooter-Album, Entschuldigung, nicht Scooter-Album, noch einmal retour, es feiert noch ein Album von dir am 20. Geburtstag, das ist H.P. Baxter liest Erzählungen von Thomas Bernhard. Das erschien, glaube ich, 2004, wenn ich mich nicht ganz irre. Ach ja, ach siehst du das? Ja, ja, das stimmt, stimmt, verrückt. Ja, Geburtstag darf nicht unerwähnt bleiben. Was ich nie erfahren habe, ist, wie kam es eigentlich dazu? Also ich weiß, dass du Bernhard-Fan bist, dass du irgendwie Bernhard gern liest, aber wie kam es eigentlich damals zu diesem Hörbuch? Ja, da gab es eine Anfrage von einem Projekt, das nannte sich Reading Stars und die Idee war, einfach bekannte Leute aus Film, Fernsehen, was weiß ich, sollten das lesen, was sie gerne mögen oder ihren Lieblingsautoren und da dachte ich, ja gut, also wenn, den einzigen, den ich regelmäßig immer wieder lese, ist Thomas Bernhard, ansonsten ist das mal dieser, mal jener und ich dachte, oh Gott, ich habe so ein Lesen im Sinne von Vortragen, kann ich gar nicht, bin auch kein Schauspieler mit Betonung und was weiß ich und ich finde, es ist auch relativ einschläfernd geworden, aber die Kurztexte, es durfte ja auch jetzt nicht, es konnte ja nicht ein ganzer Roman sein oder so, sondern kürzere Texte sonst macht das ja auch keinen Sinn, insofern waren das ja immer kleine, abgeschlossene Erzählungen und das fand ich dann auch ganz passend, ich denke, nur jemand anders hätte es vielleicht noch etwas lebendiger vorgetragen, weil als ich das mir dann selber mal angehört habe im Auto, die ganze CD, da dachte ich, meine Herr, jetzt bin ich auch fertig und dann möchte ich nicht wissen, wie das anderen ergeht, nein, aber die Idee fand ich nicht schlecht so und vor allem für mich ist ja immer so, wenn man mal was anderes macht, über den Tellerrand hinaus, das finde ich dann mal ganz spannend und wenn man es nur ausprobiert, um festzustellen, nee, bleib bei deinen Leisten, aber war mal was anderes so. Und so diese lyrische Verdichtung durch die Wiederholung, das ist ja durchaus bei Scooter auch gegeben, so dieses immer Wiederholende und Liebe zum Absurde, die Herr Bernhard durchaus auch hat, also da seid ihr ja vielleicht in diesem Aspekt durchaus geistesverwandt vielleicht. Ja, I want you back for the rhythm attack coming down like a floor like a maniac und das dann immer wieder I want you back for the rhythm attack coming down on the floor like a maniac, das wird ja viermal wiederholt und dann kommt how much is the fish. Naja, das stimmt, die Wiederholung ist schon wichtig, wichtiges Stilmittel, also auch bei Bernhard und bei uns auch. Dann lass mich noch eine letzte Frage stellen, bevor ich dich wieder gehen lasse, erzähl mal, jetzt geht ihr auf Arena-Tour, wie sieht denn so eine Tour-Vorbereitung, das sind ja riesen Dinger, die ihr da spielt und Scooter sind ja auch dafür bekannt, jetzt nicht unbedingt bei zwei Lampen auf der Bühne eine Show durchzuziehen, sondern da geht es ja schon ordentlich zur Sache, wie sieht denn so eine Vorbereitung aus? Also das fängt eigentlich an, wir waren gerade mit dem Album fertig, haben die letzten Tracks zum Mastern gegeben, dann fing ja nahtlos die Tour-Vorbereitung an, das ist ja immer so schön und da haben wir erstmal die, ja, irgendwie mit der Setlist beschäftigt, dann bestimmte Tracks, die schon so ein bisschen angestaubt klingen nach so vielen Jahren, haben wir dann überarbeitet, also haben wir zum Beispiel How Much Is The Fish, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ganz neu, also neue Sounds und da ist immer das Wichtige, dass es zwar frisch klingt, aber auch nicht wie ein Remix, sondern es muss so diesen, diese Chemie muss erhalten bleiben, die, dass es auch authentisch klingt und nicht wie irgendein Remix von einer Nummer, sondern es ist, und das ist so ein bisschen schmaler Grad, aber fand ich, haben wir jetzt echt gut hinbekommen, also für meine Begriffe wird man sehen, wie es dann live funktioniert, hat deutlich mehr Druck und gerade mit den ganzen neuen Titeln wir bespielen, da war es dann doch schon manchmal sehr unterschiedlich und da musste der Mischer immer hier richtig nachregeln und so, weil die neuen Sachen haben einfach viel mehr Druck, das ist klar bedingt durch die modernen Aufnahmetechniken und was man heute so machen kann und da haben wir erstmal viel dran gearbeitet, die Setlist und so weiter und jetzt parallel natürlich die Leute vom Licht, vom Sound sind ja auch dabei und die Holländer, die wir haben, wie heißt die Firma, Steffi? Die Holländer. Ja, wie me? H-E-E-M-E, wie me? Ja, bei denen hatten wir schon ein paar Zoom-Meetings und wo es dann um deren Konzept ging, was die sich überlegt haben, dann hatte ich wieder was anderes im Kopf und dann kommt man da so langsam näher und die machen vieles jetzt in Vorbereitung, wo ich auch gespannt bin, wenn wir jetzt unsere Proben haben, dann präsentieren die uns alles und dann wird das natürlich noch verfeinert und ja, ich bin selber gespannt, aber dann wird natürlich wieder einiges neu geplant und eine ganz neue Show jetzt kreiert. Ich bin schon gespannt, in Berlin ist es ja die Mercedes-Benz Arena, da bin ich dann auf alle Fälle vor Ort. Geil. Super, sehr gut. Ja, hey HP, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, war wirklich ein interessantes Gespräch, danke. Sehr gern, danke. Bis bald, danke. Mach's gut, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.